Hey Leute, willkommen zu einem neuen Blog von uns und heute geht es nach Berlin und zwar nicht nur so, sondern morgen fliegen wir nach Palma de Mallorca. Ja, morgen geht in Urlaub für vier Tage nach Spanien mit meinen Eltern zusammen und wie ihr bestimmt hört, ich bin total verrotzt, verschnupft, ich sehe aus wie Rudolf. Ja, ich habe so eine fette Nase und ich hoffe, dass es bis morgen so ein bisschen weg ist, weil ich echt ein bisschen Angst habe mit Flugzeug fliegen und schnupfen, das könnte durchaus schmerzhaft enden. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Berlin, Wetter ist scheiße, typisch Herbst halt und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir dann in Berlin angekommen sind, also bis dann. Bis dann. Und da, la, 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 la. Musik Musik So, Sachi, ich bin angekommen. War gut? So Leute, wir sind jetzt in Palm River Yonke angekommen und gehen jetzt auf dem Weg zu unserem Mietwagen. Wie ihr seht, wird immer noch ziemlich verschnupft. Und ja, dann gucken wir mal, wo unser Mietwagen ist. Da ist Schatzi. So Leute, wir sind jetzt endlich angekommen im Hotel in Palma de Mallorca, in Spanien. Und ja, wir sind ziemlich früh losgeflogen, um 6 Uhr ging der Flieger. Ich habe immer noch schlupfen ohne Ende und habe mich jetzt schon mal ein bisschen umgezogen, weil hier in Spanien ist es doch ein bisschen warm. Und ich zeige euch jetzt mal die Roomtour, also wie unser Hotelzimmer aussieht. Und vom Außen sieht es auch mal Bombe aus und ihr seid es euch von innen. Ja, da ist Schatzi. Also ihr kommt rein, habt direkt das Bettchen. Schreibtischchen. Kleiderschrank. Oh, mit Bademantel. Oh, extra Kissen. Also nochmal ein Kleiderschrank. Dann Fernseher, ganz wichtig für Schatzi. Dann hier einen schönen Balkon. Nach hinten. Und dann geht es hier ins Bad. So sieht das Bad aus. Sauber, sauber, sauber. Und hier die Analdusche. Ja, und natürlich ganz wichtig, wir sind ja noch vier Tage da, deshalb ist es super, dass es hier sowas gibt. Und da bin ich. Mit einer knallroten Nase, ich sehe aus wie Rudolf. Ja, dann machen wir uns jetzt fertig und dann gehen wir trotz Essen und zum Strand. Ne, Schatz? Hey Leute, so, wir sind jetzt endlich im Bettchen. Und wie ihr seht, ich habe total rote Nase. Ich habe so einen eingecremt, weil ich habe echt immer noch so einen scheiß Schnupfen. Das hat ja schon wieder ein Sonnenband gekriegt. Das sieht schon wieder aus wie eine Tomate. Wir haben erstmal heute nicht viel gemacht. Heute war Anreisetag. Wir haben uns das Hotelzimmer angeguckt und haben uns erstmal den Hafen angeguckt. Ihr seht aber bei uns im Video, was wir morgen machen. Das könnt ihr auch dann hier sehen in dem Video. Also, ja, wir werden erstmal schlafen. Endlich. Und sind auch echt müde, echt kaputt. Und wie gesagt, es war echt ein anstrengender Tag heute. Und wir sind froh, dass wir jetzt eigentlich im Bett sind. Also, immer schön dran bleiben zu unserem zweiten Video.